Tag 470. Heute fanden die heftigsten Zusammenstöße im Raum Origiv statt. Zunächst einmal wurden weitere Informationen über die Ergebnisse der gestrigen Angriffe bekannt. Hatten russische Quellen gestern noch behauptet, das Dorf Lopkove befindet sich in der Grauzone, so bestätigten russische Quellen heute, dass die Ukrainer die vollständige Kontrolle über die Siedlung erlangt hätten und weiter vorrücken würden. Es wurde berichtet, dass sich die Größe der Angriffsgruppe verdoppelt hat, um aus diesen taktischen Gewinnen Kapital zu schlagen. Gestern setzten die Ukrainer vier Hamvis und zwei Panzer ein, während sie heute berichten zufolge über acht Hamvis und vier Panzer verfügen. Ein Blick auf die topografische Karte zeigt, dass die Russen dieses Mal einen taktischen Vorteil haben. Um diesen zu überwinden, müssen die Ukrainer die russischen Truppen festsetzen und gleichzeitig den Abstand so schnell wie möglich verringern, was jetzt möglich ist, indem sie sich durch Lopkove bewegen. Was die Angriffe südlich von Origiv betrifft, so wurden auch hier weitere Informationen bekannt. Russische Quellen veröffentlichten Kampfaufnahmen von den Folgen zweier ukrainischer Angriffe südlich von Malatok Matschka, auf denen echte Leopard 2-Panzer zu sehen sind. Beim ersten Angriff setzten die Ukrainer etwa neun Fahrzeuge ein, beim zweiten Angriff etwa elf Fahrzeuge. Leider stieß die erste Angriffsgruppe auf Minen, sodass die russische Aufklärungsgruppe die Bewegung schnell erkennen, Artillerieunterstützung anfordern und den Angriff im Anflug abwehren konnte. Nach diesem Vorfall beobachteten russische Drohnenoperatoren die Region stundenlang genau und konnten auch die zweite Gruppe rechtzeitig entdecken. Diesmal wurde der Angriff vor allem durch Artilleriebeschuss und nicht durch Minen verhindert. Insgesamt verloren die Ukrainer mindestens vier gepanzerte Mannschaftstransporter und einen Leopard-Panzer. Andere Ausrüstung wurde berichten zur Folge beschädigt und später zur Reparatur zurückgezogen. Anhand des Filmmaterials können wir erkennen, dass sich die Ukrainer entlang der Baumgrenze bewegten und direkt vor der Autobahn H08 gestoppt wurden. Ein Blick auf die topografische Karte zeigt, dass die Ukrainer in Richtung der taktischen Höhen vorrückten. Die Ukrainer haben ihre Fehler schnell korrigiert. Kürzlich veröffentlichtes Filmmaterial zeigt, wie die Ukrainer gestern M-58 einsetzten, um die problematischen Gebiete zu entminen. Die Ukrainer führten auch Entminungsarbeiten in mehreren Regionen durch, da die Russen sonst wüssten, dass die Ukrainer nur einen gangbaren Weg haben. Die Ukrainer starteten den erneuten Angriff auch vor der Morgendämmerung, um die frühzeitige Entdeckung der Truppen zu erschweren und das hat geklappt. Heute berichteten russische Quellen, dass es der ersten ukrainischen Angriffsgruppe gelungen sei, die erste Verteidigungslinie zu erreichen und in den Nahkampf überzugehen. Es stellte sich heraus, dass die Ukrainer genau das Gebiet zwischen zwei getrennten russischen Kompanien gewählt hatten, was es den Ukrainern ermöglichte, die fehlende Koordination an diesem Abschnitt der Frontlinie auszunutzen. Nachdem sie Fuß gefasst hatten, verstärkten die Ukrainer berichten zufolge die Angriffsgruppe mit zehn gepanzerten Kampffahrzeugen, darunter mehrere Kampfpanzer und etwa 100 Soldaten zur Unterstützung von fünf Angriffslinien. Um 5 Uhr morgens meldeten russische Quellen, dass sie eine taktische Höhe verloren haben, was ebenfalls bedeutet, dass die russischen Kräfte erfolgreich getrennt wurden. Nachdem die Ukrainer weitere Verstärkung erhalten hatten, begannen sie sofort mit dem Sturm auf die russische Verteidigung auf der nächsten taktischen Höhe, die die Ukrainer berichten zufolge drei Stunden lang ununterbrochen beschossen. Die Kämpfe dauerten fast bis in den Abend hinein. Die folgenden Kämpfe sind derzeit schwer zu bestimmen. Russische Mainstream-Medien berichteten, dass es den Ukrainern nicht gelungen sei, weitere Stellungen einzunehmen. Weniger prominente russische Quellen beriefen sich auf einen Soldaten vor Ort, der sagte, dass die Ukrainer insgesamt mehrere Stellungen eingenommen, aber die Hauptverteidigungslinie nicht durchbrochen hätten. Ein ukrainischer Soldat vor Ort berichtete, dass er Polohi endlich mit dem Fanglas sehen konnte, was wiederum bestätigte, dass neue taktische Höhen in der Region erfolgreich eingenommen wurden. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums setzten die Ukrainer 150 Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge ein. Es gab an, den Angriff abgewährt und 30 Panzer, darunter drei Leopard und zehn weitere gepanzerte Fahrzeuge zerstört zu haben. Dies steht im Widerspruch zu den Berichten inoffizieller russischer Quellen, die ebenfalls von der Zerstörung zahlreicher Fahrzeuge sprechen, aber übereinstimmend erklären, dass die Ukrainer weitaus mehr Radfahrzeuge, wie zum Beispiel Humvees, als Panzer einsetzten. Darüber hinaus wurde die Bestätigung von Verlusten durch die anhaltende Medienjagd auf Leoparden noch schwieriger, da einige Quellen begannen, Leoparden in das echte Filmmaterial mit Photoshop einzufügen. Insgesamt berichteten russische Quellen, dass die Ukrainer nur in einer von fünf Angriffsrichtungen erfolgreich waren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Angriffe darauf abzielen, neue Positionen zu sichern. Wie beim Schachspiel dienen einige Züge dazu, die feindlichen Truppen zu fixieren, die Kräfte so dünn wie möglich auszudehnen, die feindlichen Drohnenoperatoren abzulenken, das Artilleriefeuer möglichst weiträumig auszudünnen, die feindliche Führung darüber zu verwirren, wo der Hauptangriff stattfindet und Ungewissheit über den Einsatz der Reserven zu schaffen. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und meine Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Kauf im Onlineshop UA Supporter in Betracht ziehen. Hier findet ihr viele Produkte mit ukrainischen Symbolen, mit denen ihr nicht nur eure Unterstützung für diesen Kanal, sondern auch für die Ukraine zeigen könnt. Der Link zum Onlineshop befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.